Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim Auf dich hoffen die, die deinen Namen kennen, denn du verläufst sie nicht, die dich her suchen. Psalm 9, Vers 11 Hallo, hier ist Simon Krug, Pfarrer in Ellerstadt, Friedelsheim und Gönheim. Schön, dass Sie reinhören. Ich habe gerade eine richtig gute Erfahrung gemacht. Mit Gott, tatsächlich, das, worum ich aus tiefstem Herzen gebetet habe, es ist eingetroffen. Ja, natürlich wäre es anders gekommen, hätte es auch seinen Sinn gehabt, klar. Aber so, ich gebe zu, das war eine echte Gebetserhörung. Vergessen waren die Fragen und Zweifel, die mich da noch vor kurzem geplagt hatten. Alles im Lot, alles ist stimmig. Das sind echt mal himmlische Augenblicke mitten im Alltag des Lebens. Und genau das hat auch der Beter des 9. Psalms erlebt. Er war bedrängt, wurde sogar verfolgt und ungerecht behandelt. Und jetzt hat Gott eingegriffen. Und der Beter stimmt fröhlich ein Loblied an. Er ist davon überzeugt, dass es allen so geht, die auf Gott vertrauen. Denn Gott verlässt die nicht, die ihn suchen. Wer mit Gott unterwegs ist, hat allen Grund zu hoffen. Was bedeutet das aber für mein Leben? Mache ich denen dann nur noch gute Erfahrungen? Läuft dann alles immer glatt? Ganz sicher nicht. Leider. Wir leben weiter in dieser Welt. Ich lebe weiter in dieser Welt. Sie, ihr alle. Wie jeder und jeder andere auch. Wir sind nicht befreit davon, ungerecht behandelt zu werden. Oder nichts mehr Leidvolles zu erleben. Und es können auch weiterhin Situationen kommen, in denen wir mehr zweifeln als hoffen. Bei all dem bleibt aber die Zusage. Denn du verlässest nicht die, die dich her suchen. Ich bin in allem nie von Gott verlassen. Selbst da nicht, wenn es sich für mich anders anfühlt. Und ja, ich teile das, was der Psalmbeter glaubt. Ich verlasse mich auf Gott. Ich bin ganz sicher, dass er da ist. Immer. Amen. Gottes Segen möge dich in diesem Tag bekleiden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!